Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Altes Life. Wie ihr seht, heute mal auf so einem Schiff hier unterwegs, auf so einem schönen Kutter. Soll nun mal eine kleine Vorschau sein. Das hier ist ein neuer Server. Genaue Daten werdet ihr bald bekommen von mir. Und ja, das könnt ihr euch mal angucken. Ist so ein kleiner Vorgeschmack schon mal. Und ja, mehr gibt's dann bald wieder zu sehen. Auch ein bisschen länger. Und ja, schauen wir mal. Von den alten Seebären seht ihr das Ding, das fischt und fischt und fischt. Dann kommt da auch gleich so eine super tolle Anzeige. Und die zeigt euch euren Skillpunkt an. Und ja, umso besser ihr seid, desto mehr Fische und könnt ihr sammeln. Da seht ihr das, Skillstufe 2, 94 mal schon geangelt. Je höher das Level ist von euch, desto schneller könnt ihr Fische sammeln oder andere Sachen farmen. Und bekommt dann auch eventuell mehr. Und da hinten kommt auch schon der Kollege, der alte Seebär. Jo, hier schön Krabbenfischen hier mit dem Kutter. Und zeige ich euch nochmal kurz die Map. Hier, oh, da sind ja viele schöne Sachen. Dann das, was ich euch noch verraten kann, wenn ihr mal überfallen werdet oder so. Oder wenn ihr jemanden überfallen wollt. Ihr könnt den Leuten das Telefon wegnehmen und es zerstören. Jo, das war's jetzt erstmal. Und ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Ist zwar jetzt nicht viel passiert, ist ja auch nur rein informativ. Die Serverdaten werdet ihr bekommen, sobald es soweit ist. Und ihr werdet hier auch noch schöne neue, andere Sachen sehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und tschüss.